Ein herzliches Bonjour nach Berlin. Ralf Schuler von der BILD-Parlamentredaktion. Grüße Sie. Ist dieser Familiennachzug der Knackpunkt, an dem alles scheitern wird, dieses Projekt Jamaika? Da werden noch mehrere Knackpunkte hinzukommen. Die ersten Tage nach der Wahl waren ja erstaunlich ruhig. Und es ist interessant, dass zunächst die CSU ihre Linien festgezogen hat mit der Obergrenze, die nicht so heißen darf, und jetzt die Grünen nachlegen. Das werden so einige der Linien sein, die dann zunächst zu verteidigen sind und später eingehandelt werden durch Kompromisse. Man muss sich klar machen, dass interessanterweise dieser Familiennachzug ein Zwischenruf gewesen ist von Jürgen Trittin, also vom linken Flügel, einer, der eigentlich schon in der Parteihierarchie nicht mehr wirklich das Sagen hat und dankbar aufgegriffen worden ist von der grünen Spitze. An diesem Punkt zeigen sich tatsächlich die unterschiedlichen migrationspolitischen Konzepte der Parteien. Man muss wissen, dass nach acht Jahren Aufenthalts in Deutschland ein Recht, ein wirkliches Anrecht auf Einbürgerung besteht. Und diejenigen, die subsidiären Schutzstatus bekommen, um die geht es hier und um deren Familiennachzug, die sind tatsächlich auf Zeit hier. Und die Integration ist da von deutlich untergeordneter Bedeutung. Wenn also die Grünen die Integration von Leuten befördern möchten, die hier nur zeitweilig Aufenthaltsrecht haben, dann merkt man, dass es da in eine ganz andere Richtung geht als bei der Union, die ja tatsächlich darauf abzielen, möglichst mittelfristig dann eine Rückführung wieder in die Wege zu leiten. Ja, also das läuft ja ganz spannend. Es ist interessant, wie sich die Argumente so entwickeln. Was läuft eigentlich zurzeit ohnehin so hinter den Kulissen? Es ist relativ ruhig in Berlin jedenfalls, das, was wir so mitkriegen. Aber Sie sind Hauptstadt-Korrespondent. Sie müssen ein bisschen mehr mitbekommen. Ja, vor den Kulissen läuft ein reduziertes Protokollprogramm ab. Die Kanzlerin war auf der Buchmesse. Sie ist heute bei der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Das sind so Pflichttermine. Ansonsten ist das Programm relativ runtergefahren. Schäuble macht seine Abschiedstour beim IWF in Washington und verabschiedet sich aus der harten, großen Weltpolitik, um sich vorzubereiten auf das Amt als Bundestagspräsident. Aber hinter den Kulissen, in den Hinterzimmern, arbeiten natürlich bereits die Arbeitsgruppen und die Strategen daran, eben solche Linien festzulegen, an denen sich dann die Koalitionsverhandlungen entlanghangeln müssen. Bei der FDP ist man da noch relativ entspannt. Die FDP wird auch nur mit einem sehr kleinen Deputat an Verhandlern in die ersten Sondierungen gehen mit fünf, sechs Leuten, während die Union immerhin 28 aufbietet. Das ist schon von der Personalstärke interessant. Und man versucht natürlich möglichst, sich nicht jetzt schon in die Karten gucken zu lassen, welche Punkte denn die Knackpunkte sein werden. Der Familiennachzug bei den Grünen wird einer sein. Darauf haben die sich schon festgelegt. Aber es wird bei der Union natürlich ganz klar auf Begrenzungen hinauslaufen. Bei der Union ist auch nach wie vor noch ein großer sozialpolitischer Aufschlag im Köcher. Die CSU möchte da nach wie vor gerne den verbliebenen, noch nicht nachgezogenen Punkt der Mütterrente oben drauflegen. Da gibt es ja nach wie vor einen Punkt Unterschied bei Müttern, die vor 92 und nach 1992 ein Kind bekommen haben. Da möchte man ein größeres rentenpolitisches Geschenk noch mit auf den Weg bringen. Da ist die CDU noch skeptisch. Aber irgendeine sozialpolitische Maßnahme soll es da noch geben. Das ist aber noch nicht festgelegt, welche genau. Ja, da gibt es eigentlich immer diese berühmten Hintergrundgespräche, zu denen Journalisten eingeladen werden. Die kriegt der Normalverbraucher nicht so mit. Aber da darf man auch nicht immer so richtig von berichten. Laufen die eigentlich gerade auch oder laufen die erst recht auf Hochtouren? Was ist da los? Die haben gerade ziemlich Konjunktur, weil man einerseits das Wahlergebnis versucht zu interpretieren, andererseits natürlich die Personalien möglichst in irgendein Licht stellen möchte. Wir haben mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass gestern Abend sich der Bezirksverband München dazu geäußert hat, dass Horst Seehofer einen geordneten Personalübergang an Markus Söder in die Wege leiten soll. Das ist nun der dritte Bezirksverband in Bayern. Das ist eine relativ von außen interessante Struktur, die die CSU da hat. Also dort wollen dann Leute in Hintergrundgesprächen darauf hinweisen, welche Verdienste Seehofer hat. Versuchen da ein bisschen zu dämpfen, um nicht mitten in den Sondierungen das Personal wechseln zu müssen. Das ist also ein Punkt, der in diesen Hintergrundgesprächen eine Rolle spielt. Das ein anderer Punkt sind halt die inhaltlichen Festlegungen und so ein bisschen Ausstreuen von Atmosphäre. Wir werden das schon schaffen. Man ist sehr darum bemüht, dass in den Medien nicht der Eindruck erscheint, dass es festgefahrene Fronten gibt und dass alles ganz schlimm wird. Weil alle wissen, dieses Projekt Jamaika hat nicht viele Alternativen. Und deshalb versuchen alle Seiten dann zu erklären, wo sie überall Schnittmengen haben. Und dass sie ja auch persönlich schon so lange auskommen miteinander und sich gut kennen. Und da wird ein bisschen das Feld bereitet, um nicht gleich eine große Antistimmung gegen dieses doch sehr schwierige Projekt von drei, wenn man die CSU nimmt, vier Parteien aufkommen zu lassen. Ja, Herr Schuler, noch eine kurze Frage, bitte kurze Antwort zum Schluss, sonst ist die Zeit schon weg. Niedersachsen, spielt das irgendwie eine Rolle gerade in Berlin? Das spielt eine große Rolle, zumal die letzten Umfragen in die Richtung gehen, dass die Union hinter der SPD landen könnte. Das wäre ein weiterer Dämpfer für die Kanzlerin, die ja bisher die herben Wahlverluste relativ unbeschadet von öffentlichen Debatten überstanden hat. Ja, ich sage Dankeschön für diesen Einblick in die politische Landschaft in Berlin. Ralf Schuler von der Bild-Zeitung. Sehr gern.